Sind Tech-Aktien die neuen Value-Aktien? Man sagt ja immer in einer schwierigen Marktlage wie jetzt, da soll man Wachstumsaktien meiden und sich auf Value-Aktien konzentrieren. Jetzt ist es aber so, dass die Aktien der Technologiekonzerne, und zwar auch die von sehr erfolgreichen, profitablen Konzernen, dass die teilweise stark gefallen sind, sodass man bei vielen inzwischen sagen könnte, das sind ja jetzt eigentlich Value-Aktien. Wir stellen uns jetzt die Frage, sind solche Technologie-Aktien jetzt wieder kaufenswert und wir schauen uns auch ein paar Einzelaktien dazu an. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Herzlich willkommen, da bin ich wieder vor der ewig gleichen Kulisse hinter mir, hier der Bulle. Es haben einige schon geschrieben hier, das Bild hängt schief. Das Problem ist, dass leider der Raum schief ist. Das ist ein Altbau, man kann da wenig machen. Aber viel hängt natürlich schon länger schief und läuft schief. Der Bulle ist irgendwie ein Bild aus vergangenen Zeiten und hier sollte schon längst ein Bär hängen. Wir sind eindeutig in einem Bärenmarkt. Und hier haben wir ihn auch schon, den schrecklichen Gesellen, wie er wieder mal genüsslich einen Anleger verspeist. Man kann es aber natürlich auch ganz anders sehen. Man kann den Bären sehen als Freund des Anlegers. Hier haben wir ein besonders nettes und freundliches Exemplar. Die älteren Zuschauer, die kennen ihn bestimmt noch. Das ist der gute alte Bärenmarke Bär. Und Sie entschuldigen da meine grafischen Fähigkeiten, die ein bisschen beschränkt sind. Aber nichts geht über Bärenmärkte, weil Bärenmärkte produzieren ja so gut wie zwangsläufig Unterbewertungen und Kaufgelegenheiten. Und es gibt auch immer mehr ja auch die Meinung, dass die Korrektur jetzt schon eine Kaufchance ist. Vor allem im Technologiesektor. Und der Nasdaq-Index ist ja auch letzte Woche zum Beispiel wieder um fast 5% gestiegen. Dass es schwierig wird dieses Jahr, das hat sich abgezeichnet. Das war auch schon meine Botschaft in meinem Ausblick auf das Jahr 2022. Die hohe Inflation erzwingt steigende Zinsen. Und die belasten die Börsen. Vor allem eben auch die Wachstumsaktien. Das ist eigentlich auch ganz simpel. Inzwischen ist es aber schon wieder komplizierter. Und wir haben immer noch die hohe Inflation. Man hat aber den Eindruck, dass es an den Märkten inzwischen gar nicht mehr die Hauptsorge ist. Sondern das ist jetzt eher eine mögliche Rezession oder aber zumindest ein starker Wachstumsrückgang. Und das ist aber was, das in der Theorie zumindest die Inflation ja wieder einbremsen könnte, wenn das Wachstum eben zurückgeht. Und die Rohstoffpreise zum Beispiel, die fallen ja dadurch jetzt schon wieder. Öl im Monatsvergleich zum Beispiel minus 13%, Kupfer minus 19%, Eisenerz minus 22%, Nickel minus 25% und so weiter. Wegen Rezessionssorgen ja auch. Was dann aber auch heißen könnte, dass der Inflationsdruck jetzt vielleicht nachlässt. Hier sind die Zinsen auf 10-jährige US-Staatsanleihen, der Einjahres-Chart. Die sind natürlich stark nach oben gegangen, was die Wachstumsaktien ja auch besonders stark belastet hat. Und wir waren da Mitte Juni noch bei 3,5%. Jetzt gehen sie aber wieder zurück und sind jetzt ungefähr bei ungefähr, ja, 3%. Und es gibt ja nicht wenige, die sagen, wir haben das zyklische Hoch hier vielleicht auch schon hinter uns, wegen der Wachstumsorgen eben. Was natürlich auch nicht schön ist, was aber heißen könnte, dass die Fed früher oder später die Inflation vielleicht doch nicht mehr so stark bekämpfen will und sich wieder stärker konzentriert auf Stimulation. Was dann wiederum gut wäre für zinssensitive Aktien, also Wachstumsaktien. Und was haben sich die Anleger letzte Woche gefreut über die US-Arbeitsmarktdaten, vor allem über die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe Mitte der Woche. Die waren so hoch wie seit Januar nicht mehr. Endlich werden wieder mehr Leute in den USA auf die Straße gesetzt. Balsam für die Seele, weil auch das den Inflationsdruck senken könnte. In der Hinsicht vielleicht also auch bald wieder Rückenwind für Wachstumsaktien. Und gleichzeitig sind ja auch die Bewertungen zurückgekommen. Hier haben wir den Nasdaq 100 Index, auch da ein Jahreschart. Da sehen wir also nochmal das ganze Elend. Und technisch gesehen muss man sagen, er ist definitiv noch in einem Abwärtstrend. Was aber ganz interessant ist, das letzte Tief, das fällt zusammen mit dem letzten Hoch bei den Zinsen, die wir vorher gesehen haben. Beides exakt Mitte Juni. Seitdem sind die Zinsen wieder runtergegangen und die Technologieaktien synchron rauf. Und der Index ist ja jetzt auch nur noch bewertet mit einem Durchschnittskgv von 19. Das ist relativ moderat. Bis 2020, da war das KGV noch so bei 31 in der Spitze. 19 klingt jetzt immer noch nicht spottbillig. Es wird aber ja zum Teil auch dadurch verzerrt durch Schwergewichte, die immer noch sehr hoch bewertet sind. Amazon zum Beispiel mit einem KGV von 150, Tesla mit 60 und andere Firmen, die gar keine Gewinne machen. Sodass wir schon davon ausgehen können, im Moment viele andere Aktien im Nasdaq 100 Index, die sind jetzt eben wirklich nicht mehr teuer. Zum Beispiel die Halbleiteraktien. Das ist der Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index auf ein Jahr. Der Chart ist von TradingView mit den 30 größten in den USA gehandelten Halbleiteraktien. Ist parallel zum Nasdaq Index stark gefallen, dieses Jahr in der Spitze um über 40% und war damit auch einer der schwächsten Sektoren. und wird jetzt nur noch gehandelt mit einem Durchschnitts-KGV von 14. Das Sentiment für den Sektor ist hundsmiserabel. Letzte Woche ist er dann aber plötzlich auch wieder deutlich gestiegen und zwar nach den vorläufigen Zahlen von Samsung Electronics. Ich habe Samsung hier zum letzten Mal besprochen, im April und das mit Abstrichen auch sehr positiv und trotzdem ist die Aktie aber auch noch mal um 10% gefallen mittlerweile. Samsung ist der größte Halbleiterhersteller der Welt. Sie stellen vor allem Speicherchips her. Sie sind gleichzeitig auch der größte Smartphone-Hersteller und außerdem noch einer der größten Hersteller von Flachbildschirmen, Fernsehern, Displays, Haushaltsgeräten und so weiter. Eigentlich eine fast reinrassige Technologieaktie. Und hat sich auch verhalten wie eine Technologieaktie. Hier haben wir den 5-Jahres-Chart von den Vorzugsaktien. Starker Anstieg in der Corona-Pandemie, aber dann schon seit 2021 eine Erosion, die sich dieses Jahr eben auch noch mal stark verstärkt hat. Und damit ist die Aktie jetzt bewertet mit einem KGV für dieses Jahr von 9 und für nächstes Jahr sogar von unter 8. Einer der größten Technologiekonzerne auf der Welt. Und die Zahlen waren nicht schlecht. Umsatz und operatives Ergebnis zum Vorquartal leicht rückläufig, hat aber wahrscheinlich saisonale Gründe eben auch. Aber zum Vorjahr war es noch mal ein Umsatzanstieg um 21% und auch beim operativen Gewinn von 11%. Das zweitbeste Quartal in der Firmengeschichte. Und man sagt jetzt zwar schon zu Recht, die Halbleiterpreise gehen möglicherweise wieder runter, jetzt nach der Pandemie. Und auch das Smartphone-Geschäft, das läuft auch nicht besonders gut dieses Jahr. Das sind aber Sorgen, die hat man schon länger. Und bis jetzt hat das Samsung eben auch, wie wir gehört haben, nicht besonders hart getroffen. Ich sehe die Aktie auf jeden Fall mittelfristig bis langfristig positiv, weil Samsung ein Konzern ist, der bis jetzt immer gezeigt hat, dass er unglaublich wettbewerbsstark ist international. Und das, was er anpackt, das bringt er auch so gut wie immer zum Erfolg. Samsung kommt aus Südkorea und darum liegt Samsung auch in meinem Zuständigkeitsbereich. Ich mache ja eigentlich hauptsächlich Aktien aus den Emerging Markets. Und wenn Sie das auch interessiert, wenn Sie über solche Aktien auch mehr wissen wollen, weil über die hört man ja in der Regel sehr wenig, dann würde es mich sehr freuen, wenn Sie meinen Kanal hier auch abonnieren, dabei auch auf die Glocke drücken. Dann sehen Sie nämlich auch gleich, wenn neue Videos da sind und was für Videos da sind und ob das für Sie interessant ist, weil Sie wissen ja, wenn man einen Kanal abonniert hat, dann gehen die Beiträge von diesem Kanal eben auch nicht mehr an einem vorbei, so wie das sonst ja meistens der Fall ist. Der Halbleitersektor an sich natürlich zyklisch, insofern man muss schon vorsichtig sein, ist klar. Und in der Pandemie, da war die Nachfrage sehr hoch und wir haben zum Teil ja auch immer noch Halbleitermangel in manchen Sparten. Es wird aber auch befürchtet, dass sich das ändert und dass wir in manchen Bereichen da vielleicht in ein paar Jahren schon wieder Überkapazitäten haben könnten. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal bedenkt, was alles kommen soll in Zukunft und was alles im Raum steht, also Smart Homes, autonomes Fahren, Internet of Things und das Metaversum natürlich auch, da gehe ich schon davon aus, dass langfristig die Halbleiternachfrage weiter deutlich steigen wird, vor allem die Nachfrage nach Hochleistungshalbleitern natürlich und Spezialhalbleitern. Und wenn wir uns dann Aktien anschauen, so wie AMD zum Beispiel, Advanced Micro Devices, die sich ja operativ wahnsinnig gut entwickelt haben und die ja mit den Prozessoren, die sie machen, mit den Grafikprozessoren auch immer mehr Marktanteile gewinnen und wo auch die Zukunftsprognosen ziemlich gut sind, wo man für die nächsten drei oder vier Jahre immer noch von einem Umsatzwachstum ausgeht von mindestens 20%. Trotzdem ist auch diese Aktie von ihrem Hoch im November um über 50% gefallen und wird jetzt gehandelt mit einem KGV von 18. Oder ganz ähnlich, Nvidia, die sind jetzt noch nicht ganz so billig, KGV ist da immer noch bei knapp 30%, aber auch da Einbruch um über 50%. Und auch Nvidia wird sehr wahrscheinlich stark profitieren von immer aufwendigeren Grafiken, zum Beispiel bei Computerspielen, dann von den kommenden virtuellen Welten und natürlich auch vom autonomen Fahren ganz besonders. Es sind alles Aktien, die jetzt ihren Boden vielleicht noch nicht ganz gefunden haben, aber wo man schon das Gefühl hat, da tut sich schon langsam was auf. Und wenn wir schon bei virtuellen Welten sind, Mieter-Plattforms, früher Facebook, abgestürzt um fast 60% in weniger als einem Jahr. Der Inhaber der größten Apps und Plattformen, die wir so haben in der westlichen Welt, Facebook, WhatsApp, Instagram, wird jetzt gehandelt mit einem KGV von 14. Also ein Klassiker für eine Wachstumsaktie, wo man eigentlich schon sagen könnte, die ist jetzt zu einer Value-Aktie geworden. Und es ist natürlich schon richtig, das Nutzerwachstum ist stark zurückgegangen in letzter Zeit, zwar kurzfristig sogar negativ und gleichzeitig steigen die Kosten. Das Publikum ist auch anspruchsvoller geworden. Facebook wird kritischer gesehen, speziell Facebook von der nachwachsenden Generation insbesondere auch und Videoclips auf TikTok, die sind sowieso natürlich auch viel cooler. Ich vermute aber trotzdem mal, Mark Zuckerberg, der wird auch diesmal wieder Mittel und Wege finden, dass er aus den 3,8 Milliarden Nutzern, die er ja hat, auf schäbige Weise doch noch ein bisschen mehr Geld rauspresst. Da mache ich mir also gar keine Sorgen. Aber wenn Sie da investieren bei Mietern, dann sollten Sie schon auch ein Grundvertrauen haben in die Vision von dem sagenumworbenen Metaversum. Da wird Mieter nämlich viele, viele Milliarden Dollar reinpumpen die nächsten Jahre. Und dann sollte das eben schon ein Erfolg werden und nicht so eine Art Aufguss von Second Life oder sowas. Netflix vom Hoch jetzt über 70% im Minus. Das war natürlich vorher auch ein jahrelanger Hype. Und natürlich fragt man sich auch, was sich die Anleger denn so gedacht haben, was denn passieren wird, wenn die ganzen Wettbewerber eben auch auf dem Markt dann sind. Amazon, Apple, Disney, Paramount und so weiter, die jetzt ja alle angreifen. Das Wachstum ist also auch da stark zurückgegangen. Dafür ist Netflix jetzt aber hoch profitabel, hat immer noch eine sehr gute Marktposition und das KGV ist jetzt eben auch nur noch bei 17. Also auch inzwischen eher Value als Growth, wenn auch nicht ohne Risiken. Und es gibt auch viele andere Beispiele und die Meinungen von den Analysten, die gehen da auch ganz stark auseinander im Moment. Je nachdem auch, wie man den Markt zurzeit betrachtet. Die Charttechniker und die Volkswirtschaftler und die Top-Down-Analysten alle, die sagen einfach, wir sind in einem Abschwung und wir sind in einem Bärenmarkt aus Ende. Und auf der anderen Seite aber die, die sich die Unternehmen einzeln anschauen, die sagen zum Teil schon, so schlecht sieht es doch gar nicht aus. Wo ist das Problem? Und vielleicht geht es Ihnen da ja ganz genauso. Also wenn man sich Einzelaktien immer anschaut, dann hat man das Gefühl, man hat überall tolle Kaufgelegenheiten vor sich. Und wenn man sich aber den Gesamtmarkt anschaut, dann denkt man sich, schlimmer könnte es ja gar nicht kommen. Und das ist auch das Schwierige in so Marktphasen wie jetzt. Die Gewinnschätzungen für die Aktien im S&P 500 Index zum Beispiel, die sind ja in den letzten Monaten sogar noch angehoben worden für die Einzelaktien. Am Anfang vom Jahr, da war die Durchschnittsprognose für das durchschnittliche Gewinnwachstum bei 8,7%. Jetzt sind wir sogar wieder leicht über 10%. Es kann aber trotzdem sein, dass die Top-Down-Leute trotzdem recht haben und dass es vielleicht so schlecht läuft wirtschaftlich, dass die Bottom-Up-Leute ihre Prognosen eben doch nochmal runtersetzen müssen, vielleicht sogar stark. Darum, was macht der Anleger in so einer Marktphase, wenn er pragmatisch ist und wenn er langfristig denkt, man bleibt wahrscheinlich schon eher defensiv. Es ist natürlich kein Fehler, wenn man den Markt nach wie vor immer im Auge hat auch und wenn man vielleicht auch versucht, dass man das eine oder andere Schnäppchen jetzt schon macht, aber eben noch relativ zurückhaltend halbwegs. Und von zwei Sachen muss man sich, glaube ich, wirklich verabschieden jetzt. Erstens von der Idee, dass jeder Mist, der stark gefallen ist, dass der jetzt irgendwann mal wieder auf seine alten Höchststände kommt. Hier haben wir eine Grafik von Bloomberg, der Börsenwert von Zoom, also der Dienst, mit dem man die Videokonferenzen machen kann, der Chart hier in weiß in Vergleich zu Exxon in blau. Exxon, der größte Ölkonzern der USA mit einem 17 Mal so hohen Jahresgewinn. Mitte 2020, da war der Ölpreis am Boden und man hat wahrscheinlich auch gedacht, wir machen jetzt alle immer nur noch Homeoffice. Da war Zoom an der Börse mehr wert als Exxon. Das war aber sehr wahrscheinlich eben unsinnig. Genauso wie bei vielen, vielen anderen Aktien aus dem Technologiesektor auch. Das heißt nicht, dass die Aktie von Zoom jetzt nie wieder steigt, aber es waren eben doch ganz massive Übertreibungen. Und wer jetzt auf Schnäppchenjagd geht, im Technologiesektor, in der Marktphase, wo man den viel negativer sieht, der sollte schon darauf achten, dass er wenigstens Qualität kauft. Und das Zweite, die rosa-rote Welt und dieses Wolkenkuckucksheim, das wir an der Börse gehabt haben die letzten 15 Jahre, wo man einfach alles immer noch weiter angeschoben hat, mit billigem Geld und mit noch mehr Schulden, wenn es irgendwelche Probleme hat, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hätte vermeintlich. Auch das ist vorbei. Der Stagflationsdruck, in dem wir stecken, der ist real und das kann man eben mit billigem Geld nicht mehr lösen. Vielleicht kommen wir sogar halbwegs gut wieder raus irgendwann mal, vielleicht kommen wir aber erstmal auch gar nicht raus aus der Sache. Wir können auf jeden Fall nicht grundsätzlich davon ausgehen, dass wir eben jetzt mal eine kleine Korrektur durchstehen müssen und danach ist auf ewig an den Börsen wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Das war vor 20 Jahren der große Einbruch beim DAX. Er hat von Anfang 2000 bis Herbst 2001 sich mehr als halbiert. Das war aber noch gar nicht mal das Fiese, sondern das Fiese war dann die starke Erholung 2021, wo es eigentlich absolut naheliegend war, dass man gedacht hat, jetzt haben wir es hinter uns, jetzt kann man wieder günstig einsteigen auf einem niedrigen Niveau. Das war falsch gedacht. In der zweiten Korrektur, da hat er sich in der Spitze dann wieder mehr als halbiert. Ich weiß das noch sehr gut, das war in der Endphase von meinem Studium. Da habe ich zum Glück sowieso so gut wie kein Geld gehabt und in diesem ersten Einbruch, da ist mir nicht viel passiert. Ich war damals ja Value-Anleger und mir war sowieso alles zu teuer und ich habe mir nur gedacht, bei der Korrektur geschieht denen allen ganz recht, die jetzt Geld verlieren. Aber in dem zweiten Einbruch, wo ich dann gedacht habe, 2002, ich bin jetzt ganz besonders schlau und ich kaufe jetzt billig ein, da hat es mich mit meinen paar Kröten dann auch voll erwischt. Das muss nicht heißen, dass es jetzt genauso wiederkommt, aber Bärenmärkte haben eben einfach ihre Tücken. Man denkt, man hat jetzt als Anleger den Bär zu seinem Verbündeten gemacht, aber schon hebt er wieder die Pranke und haut einem den Kopf ab. Also auf gar keinen Fall, jetzt alles Geld verballern schon, was man noch hat, weil dann hat man nämlich gar nichts mehr übrig, wenn es vielleicht noch billiger wird alles. Nur eins steht trotzdem fest, das ist definitiv so. Bärenmärkte produzieren Übertreibungen nach unten und je länger sie dauern, desto mehr Übertreibungen produzieren sie, desto stärker. Der größte Fehler, den man machen kann als Anleger, ist meines Erachtens, dass man sich eben, wenn es gut läuft an der Börse, wenn alle euphorisch sind, dass man sich da mitreißen lässt und hinreißen lässt, auch zu allem Möglichen und dass man dann aber dann, wenn es nicht mehr so gut läuft, dass man dann resigniert und auch das Interesse verliert. Es muss genau umgekehrt laufen. Ich darf Sie kurz noch hinweisen auf unseren nächsten Zukunftsmärkte-Report. Der ist zum Immobiliensektor in China, wo es ja auch eine Krise gegeben hat, schon seit letztem Herbst und wo die entsprechenden Aktien ja auch eingebrochen sind. Peking kämpft gegen diese Krise an und es ist ein Sektor, der ja nicht nur wichtig ist für alle China-Anleger, sondern ja auch zum Beispiel für die globale Rohstoffnachfrage und solche Dinge. Und wir haben da auch ein paar Einzelaktien. Die Reports von uns sind gratis, Sie müssen sich nur einmal eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de Also schnell noch machen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, weil dieser Report geht morgen raus. Und der Link dafür ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Und ansonsten, wie gesagt, ich freue mich auch immer über ein Kanal-Abo von Ihrer Seite. Mal verspeist man den Bären, mal wird man vom Bären verspeist und manchmal verliert man eben einfach und manchmal gewinnen dafür die anderen. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.